Ruf die Schweine und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge TechTown. So Kiel, um dich mal ein bisschen abzuhärten und von deinen Pussybienchen abzubringen, komm mal hierher. Achso, oh nein, ich werd jetzt beschossen, nach meiner Abwesenheit in der letzten Folge. So, stell dich mal hierhin. Ich werd jetzt beschossen? Hierhin stellen. Ich werd' ich beschossen. Das ist ein Schmetterling! Wir haben ein Massage. Das ist ein Schmetterling! Wir haben ein Massage-Programm der Firma Bumm und Schmerz. Slag! Dolm, loopst du das andere Ding auch mal? So, danke. Das Massage-Programm der Firma Bumm und Schmerz wird gestartet. Komm mal kurz ein bisschen näher. Ah! Sag mal, mach das Sachen kaputt. Das dürfte keiner kaputt machen. Das sind die vier Kilogrammgeschosser. So, und jetzt drehen wir mal das Massage-Programm ein bisschen höher. Kieran, springen wir nicht weg. Kann ich sterben? Andi? Das macht nichts. Das macht nichts. Kann ich sterben? Nein, kannst du nicht. Kieran, beweg dich mal. Bleib doch mal stehen! Ja, was denn nun? Soll ich mich bewegen oder nicht? Aua! Das macht Schaden. Das macht Boden kaputt. Hey, guck mal, der Schmetterling ist zu mir gekommen. Das sind die acht Kilogrammgeschosse. Die machen Vegetation kaputt. Deswegen gehen wir in Massenfertigung der vier Kilogrammgeschosse. Einziges Problem bei dieser Raygun ist, sie beschießt alle Menschen außer mich. Ich weiß nicht, warum das so ist und ich kann es auch nicht ändern. Bist du sicher? Willkommen bei Rotarycraft! Sie hat kein Interface, wo ich das ändern könnte. Habt ihr die heutigen Glinger gelesen, ob wer was geschrieben hat, wie es gehen könnte? Magst du selber, ne? Ich habe nur Leute geschrieben, dass sie es total lustig finden und dass wir damit viel Spaß haben werden. Ich habe es gelesen. Was? Weil dadurch Menschen sterben werden? Menschen werden sterben. Ja, und sie meinten, wir sollen Peter drei Rayguns mit 16 Tonnen Geschoss in die Basis setzen. Such bad, much worse. Problem ist, dass dann die Basis weg ist. Ich würde gerne mal ein 16 Tonnen Geschoss sehen. And it's gone. Wirklich, willst du? Können wir es bitte? Dann müssen wir das kontrolliert machen. Das muss woanders aufgebaut werden, Kinder. Nein, das können wir nicht woanders aufbauen, das geht nicht. Ja, also können wir es nicht machen. Aber wir können es nicht hier abfeiern. Ja, natürlich können wir das hin. Wir können es nicht hier abfeiern. Wer traut mir, wir kriegen das hin. Andi, ich vertraue dir. Nein. Ich nicht. Ich sag's ganz offen. Nein. In diesem Falle sollte man Andi nicht trauen. Doch, trauen wir. Nein. Hey, Andi? Hallo? Achso, scheiße. Was scheiße? Ich habe gerade die falsche Railgun. Ich habe, glaube ich, gerade die Railgun. Also, in den Wikis steht überall, Breedtree funktioniert. Einfach dadurch, dass man Breedtree nebenan erstellt. Und nein, ich werde nicht mit Gendistry anfangen. Weil, wie langweilig ist das denn? Sich diesen ganzen Spaß, den du mit der Randomness hier haben kannst, zu verbauen, indem man das manuell, also so selber macht. Das ist irgendwie voll lame. Finde ich scheiße. Mir fehlt ein dunkler Baum. Das fehlt mir, glaube ich. Haben wir irgendwo Spruce Sapling? Stimmt. Nein, haben wir nicht. So, ich bin jetzt bei 228 Kilogramm. Jetzt kommt es 156. Da hättest du doch ein Schneebeam, glaube ich. Gut. Jetzt sind wir über 256. Jetzt kommt das 512 Geschoss. Jetzt sind wir bei einer Tonne. So. Wollen wir rein drücken? Ist das ein Geschoss, was ummantelt ist mit Holz, Stein, Eisen, jetzt Gold? So. Holz ist am besten. Das hat ein Holzkern. Das war für besondere Flugereigenschaft. Ja, wie die hier alle pollinated sind, wie krass ist das denn? Jo, Mann, voll krass pollinated Waller. Waller, Bruder. Was sind das für Räume überhaupt? Leinwurt. Was sagst du? Was ist der letzte Belag? Äh, erstmal wegsneiden. Keine Ahnung, Diamant. Falsch. Wegsneiden. Was dann? Bedrock. Echt? Deswegen muss ich jetzt erstmal auf. Äh, Peters. Erstmal alles geraped hier. Ah ne, warte mal. Kann ich irgendwie aus dem... Die sind richtig viel pollinated. Weil die schon Ewigkeit entstehen, ne? Kommt überall gleiche raus. Das, nach Gott. Viermal baue ich jetzt erstmal noch den dunklen hin. So. Ne, ich brauche ein bisschen Bedrock. Das. Bellenmehl. Some Bellenmehl over here. Zack. So jetzt. Produce it! Produce it! No, make me some Leaves. Mein Freund. Dolmen hast du noch einen Loop? Oder Eimer? Ja, ja. Ja komm mal mit. Wo bist du? Hier. Seh dich nicht? Ja, links vor dir. Limewood war das. War das jetzt Silver Lime? Ja, schließlich 16 Tonnen Geschosse anleaschen, ne? Ja. Silver Lime tatsächlich. Ich bin mal gespannt, was es bei den Bums macht. Alles klar. Weißt du, wo ich hin bin? Ja. Natürlich nicht. Sicher? Du hast Peters ein Deep Dark Portal gefunden. Ne. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich sehe dich. Hier. So. Alles schön machen hier. Ja, wird ausgetauscht, wird ausgetauscht. Und jetzt? Komm hier rein. Wie komm ich hier rein? Durch ein Fenster? Ja. Ah, die sind offen? Und jetzt? Ah, hier. Dieser schwarze Block? Ja. Und da soll ich reingehen? Ja. Rechtsklick drauf? Ja. So, und dann habe ich gelesen, es gibt Kombinationen, womit ich die Rocky Bees, weil davon haben wir Tausende, umwandeln kann. Das heißt, die werde ich automatisieren und versuchen möglichst viel. Achso, genau. Und, äh, Rocky. Da sind sie. Kian. Ja? Sind die Rocky Bees stoned? Ja. Die sind nämlich sogar pristine, was bedeutet, dass die nie sterben. Die Ingnobble. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ganz richtig aussprechen soll. Ingnobble. Ingnobble. Äh, die sterben nämlich auch in einer Zeit. Die anderen sterben wohl nie. Der Scheiß. Das ist die bessere Rasse. Oh, dein Lupit, like it's hot. Eigentlich, bis wohin geht das denn hier? Klingt schlimm. Ist auch so. Wo bist du denn hin? Nach oben geflogen. Ja, das habe ich nach oben gegraben. Komm einfach runter. Tschuuu. Tschuuu. Und nicht in die Dunkle gehen, das stirbst. Das ist voll krass. Das lädt irgendwie instant, ne? Oder ist das... Also auf dem Bedrock kann ich aber drauf, oder? Du darfst nur nicht in... Du darfst nicht unter einem Lüchtlevel unter 7 sein in deinem Gebiet. So. Ah, das heißt jetzt vielleicht ausgeleuchtet? Bin ich instant tot oder verliere ich nur? Du stirbst. Instant? Nein. So richtig krasse Sorten haben wir jetzt noch nicht gekriegt. So langsam. Keine wieder neue. Weil Beach hatten wir doch schon. Ja, ich glaube, weil das Dunkle hat. Ja, geh mal hier hinten. Das ist ganz Dunkle. Hier hinten irgendwo hin. Passier was. Passier was. Da müsstest du Schaden kriegen. Dann checken wir jetzt erstmal ab. Ob wir mal wieder was mit Majestic haben? Nein. Noble. Am besten nicht ins Quarry-Loch. Da kommt die scheiß Ignoble wieder, wa? Oh. Ah, ich zum Beispiel... Alter, krieg ich hier Schaden. So. Ah, hier an diesen dunklen Punkten krieg ich auch manchmal Schaden. Ähm. Dann fangen wir mal an hier mit, äh, wieder... Dom, kannst du bitte mal das hier oben jetzt erstmal loben? Cultivated plus kommen. Ja, ich komme. Davon haben wir sogar eine Menge jetzt. Pristine. 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 Pristine, sehr gut. Andi? Ja, was sonst? Die wird irgendwann sterben zum Beispiel. Also nur die eine von denen hier könnte irgendwann sterben. Die anderen müssten eigentlich immer überleben. Oder, ich glaube, ein Upgrade bekommen. Das geht auch. So. Cultivated plus kommen. Bei den Drones ist das wurscht. Das taucht jetzt ein bisschen. Und jetzt? Warten wir. Krepierig. So, der treibt gerade diesen Bohrer an, ne? Ja. Und was breakt der? Der Bedrock. Ja, aber irgendwie ist gar kein Bedrock bei dem Bohrer dran. Doch, doch. Das klappt schon. Und wo kommt der dann raus? Der liegt dann drin, bis man rechtsgeg drauf macht. So, so. Der liegt dann drin. In dem Bohrer? Ja. So. Bitte. Haben wir noch mehr Kulti? Ne, äh. Kommen. Das waren ja... Ja, YOLO. Ich frage mich. Die Railgun hat sich gerade da hinten auf dich ausgerichtet. Also... Auf mich? Sobald du hochfliegst, du möchtest sie auf dich schießen. Auf mich? Ja, auf dich. Auf mich? Auf mich? Auf mich? Ja, auf dich. Wie viel hast du gerade drin? Äh, 4 Kilogramm geschossen. Würdest du deine Scheiße bitte ausstellen? Oh, hochzufliegen! Würdest du deine Scheiße? Was heißt Vegetation kaputt machen? Ne, die 4 Kilogramm geschossen machen gerne Vegetation kaputt. Deine Scheiße? Ne. Ich möchte... Ich möchte sie diesen Breit nicht kaufen. Die ist aber geil. Ach, Scheiße. Ich muss ja die Neuen anschließen. Ich steppe. Ach, das sieht alles so straggelty-swooty hier aus. Ist alles so schön und gemütlich. Wollte ich meine Railgun dazwischen setzen? Nein. Ich verbitte mir das. Ich finde das ganz gemeinsam. Ich habe quasi eine Handgranate dabei. Warte, wo kommt der Bedrock raus? Im Bedrock Breaker ist der da? Oh, Scheiße. Ja. Der hätte ich vorher dran denken sollen, dass ich die Hand schließen muss. Ja. Irgendwie ist da bisher noch nichts. Ja, das dauert auch eine Ewigkeit. Kian! 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 Fang! Fang! Könntest du deine Scheiße da ausstellen? Das meint eigentlich die Küpe auf der... Ja, der ist da. Hinter dir, hinter dir im Wasser. Der mich umbringt oder was sprengt. Ja, warte. Ich capture ihn wieder. Junge, Junge. Was schießt das Ding denn hier? Das holzt die ganze Zeit in den Wald rein. Ja, weil irgendwelche Mops... Das holzt in den Wald rein. So, wie es in den Wald hinein holzt, holzt das auch wieder heraus. Ja, sind alle gefixt. Es ist dunkel. Not daytime. Not daytime. No, ihr seid keine Munition mehr. Ah, gut. Vor allem Kian fliegt da gerade so rüber. Du wirst aber, wie sich die Railgun instant auf ihn ausrichtet und ihm genau folgt. Kann man noch mehr schlafen kommen, bitte? Na, ne. Passt schon. Achso. Du bist rausgegangen. Okay. Okay. Hab ich den. Kian! Fang! Würdest du bitte aufhören und mal wieder sinnvolle Dinge machen? Sowas wie ich? Bean. Ja, ich kann nicht, sondern ich keinen Bedrock habe. Bean. Er hat immer noch keinen Bedrock. Frames brauchen wir. Ja, geh einfach weg, denn das dauert ewig durch. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Einfach nach oben, ne? Ja. Da waren diese scheiß Sticks für, wa? Impregnated. Wir können ja gucken, was gibt es denn noch so für tolle Rotary-Kraft-Spielzeuge, die wir noch betreiben könnten. Nein! Was ist die Spielzeuge? Wissenschaftliche... Ey, ist so ein Portal, darf ich da durchgehen? Ah. Ah, ich bin wieder in der Oberwelt. Wir können einen Heat-Ray bauen. Äh, ist das sowas wie ein Mikrowellen-Blaster? Nein, das ist sowas wie ein Heat-Ray. Der zieht halt einfach alles vor sich an. Ach so, was sinnvoll ist quasi. Nicht. Oder wir können eine Freeze-Gun bauen. Wollen wir eine Freeze-Gun bauen? Das klingt toll. Mach bitte was. Bauen wir bitte eine Freeze-Gun. Wollen wir eine Freeze-Gun bauen? Ja. Bauen wir eine Freeze-Gun? Nein, ich bau in der Zeit eine Laser-Gun. Die Laser-Gun setzt aber alles on fire, glaube ich. Das befürchte ich, aber... Oder bau ich eine Landmine. Damit kannst du Peter bitte ärgern. Aber bitte vorher testen, wie groß der Radius ist, ey. Oder hier kannst du dich an den Sonic-Bohrer erinnern? Ich weiß nicht mehr, was der genau gemacht hat. Das Ding, was aber vorsichtig alles weggeblastet hat. Ach so. Hm, was ist denn eine Defoliation-Machine? Ach so, die entzieht das gesamte Laub. Dann habe ich noch eine Tesla-Dingens für Arme. So, in Auftrag gegeben wurde eine... Freeze-Gun. Eine Freeze-Gun. Minimum Power ist bei dem Ding 262.000 Kilo. War das nicht so viel, oder? Das haben wir locker. Wir haben ungefähr das tausendfache. Gut. Ich brauche nur ein bisschen HSL. Haben wir ja sicher. Die Pieris brauche ich. Dann baue ich hier oben mal die Railgun ab. Und dann brauchen wir nämlich... Ich gehe nämlich mal ganz kurz etwas farmen. Und zwar... Ich brauche mal deinen Bohrer. Give me Bohrer. Ach, meinen Bohrer? Ja. Ja, kannst du aufladen. Ach nee, wir haben 10.000 Schneebälle. Pass schon. Ey, ich brauche auch Eis, ne? Ja. Ich brauche 10.000 Schneebälle. Du hast übrigens meinen Bohrer jetzt. Gib mal zurück. Jetzt hast du ihn. Jetzt hast du ihn schon wieder eingesammelt. Thanks. In Pebra. Ähm. Jetzt müsste ich eigentlich hinhauen. So. Ah, jetzt macht man aus 4 Schneebällen, ne? Ne. Jetzt macht man Schneeblöcke. Was war das? Das kann man nicht einfach so machen, glaube ich, oder? Ne. Muss man mit einem Kompressor machen. Boah. Aber es ginge auch. Weil die benutzen mich als Munition Schnee, beziehungsweise Schneebälle oder Eis. Zack. Apiaries haben wir. Dann brauche ich, glaube ich, Fuzzy-Dinger. Weil ich ja nicht... Ich will einfach alle... Wobei, die sind ja genau gleich. Ferticht beim? Nein. Ich probier's mal mit dem normalen. Wie weit bist du? Fast fertig. Du bist unser Refurbishment Center ist echt schon krass gefüllt. Ja? Ja. Respekt. Das hört sich irgendwie ironisch an. Warum brauchst du so lange, Junge? Mein Junge, wo bist du? Wo bleibst du? Warum hast du ja nicht Fries gern gemacht? So. Jetzt stellen wir die mal auf. Also damit will ich... Scheiße. Ich habe natürlich nicht dran gedacht, welche Kombi das war. Ich brauche nur noch zwei Eislöcke, ne? Ich brauche mal aufstellen. Ich glaube, es war Plus Mido's Drones. Warte, ich habe Schnee, ich habe Schnee. Ich muss die dann umwandeln. Ich habe Eis. Okay. Wahrscheinlich muss ich ja bestimmt in dieser anderen Maschine, in diesem anderen Workding machen. Ja, klar. Ja, ne, weil diese ganzen Zwischenprodukte macht man alle hier. Normal. Ja. Haben wir Eis? Ja, wir haben Eis. Wir müssen uns erstmal noch ändern. Wir müssen uns erstmal noch ändern. Mein Victory Eis. Freeze Gun is ready. So, give it to me, baby. Ich bin gespannt. Nein. Nein. Ja. Die worked. Sie ist auf jeden Fall Power full on. Also, die ist vollgepowert. Was? Braucht die irgendwas? Ja. Schnee. Wart mal stehen. Irgendwas passiert mit mir. Ja, die slowed dich. Frozen Squid. Alter! Ich kann nicht mehr laufen. Aber fliegen, fliegen ist aber natürlich beeinflusst. Du hast sie kaputt gemacht, sie macht nichts mehr. Tatsächlich. Ja, vielleicht weil ich schon gefrozen bin. Aber das Fliegen, warte, ich ziehe mal mein Ding aus. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist richtig hart. Ey, das ist doch viel geiler als die Railgun, weil dadurch kann man auch normale böse Viecher aufhalten. Ja? Dazu eine Railgun und jeder Mensch ist tot. Alter, das kombinieren ist übel. Das wollen wir mal einen Lasergander zu machen. Ja, ne, wir machen das. Ja, wie lange bin ich denn mit dem? Das war zum Effekt. Ja, guck doch mal noch. Ich geh aber mal kurz ans Feuer. Hörst du dann auf? Ja, gemein, die richtet sich nicht mehr. Haben wir irgendwo Feuer? Wobei, im Port muss ich ja nicht einstimmig Depp. Ich kann mich nur durch Fliegen vorwärts bewegen. Ich glaub, die Kanone ist kaputt. Sie visiert zumindest nicht mehr an. Sie ist bestreudet. Ah doch, sie visiert an. Sie hat den Creeper, glaub ich, gefreezed. Wie lange ist man dann gefreezed? Die visiert ihn irgendwie nur an. Guck mal da. Die ist kaputt. Ja, hat die denn noch Moon? Ja, die hat massig Moon. Also wie gesagt, hier werde ich dann erstmal einfach Rockies reinhauen. Ich glaube mit den normalen, also Midus oder Forest. Oder was es halt noch gab da von den Standards, die man halt finden kann. Du hast doch einen Lasergang anbauen. Ja, Andi. Ich glaube, ein Mod ist... Gab's auch noch. Mit den Drohnen muss ich das kombinieren. Und dann gibt's 15% Chance, dass sie sich verwandeln in eine von denen wiederum. Oder kommen, glaub ich. Was soll ich denn jetzt machen? Mal nachlesen, welches es war. Warte, ich taue dich auf. Wie denn? Und dann läuft das automatisch durch. Hör nochmal auf. Bringt nix. Wir produzieren, produzieren, produzieren. Kian, wir haben Däumen kaputt gemacht. Ja? Ist er tot? Mal wieder? Nein, er macht einfach. Äh, ja. Gerade ist erstmal eiskaltes Spiel von der tollen Freeze Gun abgeschüttet. Es ist eine Freeze Gun, Kian. Wenn's jetzt wieder abstürzt, schönen Tag noch. Bist du gefreezed? Weiß ich nicht. Ja, du bist gefreezed. Frozen Solid? Sternchen? Sternchen? Kian, du bist auch verflucht. Das geht nie wieder weg. Aber ich kann fliegen. Richtig. Ja, ich weiß, aber mehr kannst du auch nicht. Ja, ich kann gleiten. Ich kann gleiten. Was jetzt? Du kannst nicht mehr laufen. Bring mir mal ne Milch. So, die Zuschauer, das war Tech Town. Hol dir selber ne Milch. Wenn euch dieses Projekt genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, gebt der Folge einen Daumen hoch. Ansonsten ist das Projekt jetzt hiermit beendet, weil wir nicht mehr in der Lage sind. Es ist eingefroren. Auf Eis gelegt. Ja, Andi, du musst mal irgendwie in diesem Wiki nachschauen, wie man das wegmachen kann. Nö, ich muss gar nicht. Haben wir ne Kuh? Nein, haben wir nicht. Alter, Andi. Wir haben wirklich keine Kuh. Ich geh mal ins Wasser. Ja. Nein, das funktioniert nicht. Dieser Effekt ist scheiße. Gellinde gesagt? Ja. Du kannst ja mal in Lava baden gehen. Well, what the idea. So. In diesem Sinne beenden wir erstmal die Folge. Auf jeden Fall ist Kina jetzt ein gefrorenes Fischstäbchen. Und dann bleibt es noch nichts zu sagen. Götte ein Abo oder das bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.